Moin 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 zu einem neuen Video zu Flohmarkt Funden. Ja mein Bruder und ich waren jetzt wo das Wetter schön ist auf dem Flohmarkt und ja es war wie immer ein Glücksspiel denn man weiß ja nie was man findet aber wir haben was gefunden was es ist das seht ihr gleich diesmal waren mein Bruder und ich auf einem großen Möbelhaus Flohmarkt sozusagen großer riesen Parkplatz der findet ja hier in der Nähe von Hamburg mehrfach im Jahr statt und man weiß nie was man da findet im Endeffekt sind wir so ab kurz vor acht da früher lohnt sich das ja natürlich wird sich kann sich immer lohnen aber im Endeffekt sind die Abgraser schon morgens um vier durch und in dem Sinne gehen wir gemütlich durch und gucken was sich so findet und ich muss sagen diesmal haben wir einige schöne Stücke gefunden auch weil einige etwas später aufgebaut haben das ist ja das was die Abgraser dann übersehen naja egal auf jeden Fall schöne Sachen diesmal ist es ein bisschen filmlastiger deswegen das weiß ich das freut meine lieben Zuschauer aus Kiel ich grüße euch an dieser Stelle aber ja da sind einige Sachen so was haben wir gefunden das erste wird wirklich retrolastig denn ich habe eine LP mitgenommen oder eine Maxi LP die gab es zum guten Kurs aber auch nicht günstig deswegen nenne ich das jetzt mal nicht aber es ist von ALF von 1987 eine Maxi LP ein Picture LP sogar hier so schön mit Motiven und der hatte eine ganze Menge von ALF liegen ich habe hier noch zwei weitere Sachen mitgenommen habe ich im Bundle dann bezahlt aber ich sage auch das war nicht so günstig deswegen nenne ich den Preis jetzt auch nicht sieht man nicht alle Tage und ja deswegen muss ich sagen aber wie gesagt ich habe jetzt ja komm das habe ich so bezahlt so um die 15 Euro mit dem ganzen zusammen ihr seht auch gleich was es ist denn das nächste ist dieses hier eine Glas Platte von ALF forever yours findet man auch nicht alle Tage muss man aber aufpassen das von 87 das müsste so um 86 herum gewesen sein vorsichtig hier hinlegen nicht dass es kaputt geht ist ja auch schon alt und auch einen Becher habe ich gefunden ein 0 problemo Becher ähm ist auch um was habe ich hier jetzt gelesen 88 ALF Production hier seht ihr das sehr schwer der Becher ALF steht drauf muss man im Second Hand Geschäft gewesen sein denn hier steht 40 Euro Cent also in dem Sinne ja war das wohl mal irgendwo da aufgekauft worden sieht sehr gut aus und ist wie gesagt echt retro so echt retro geht es heute mehrfach weiter ähm dann das zeige ich euch gleich auf einem Bild ich gucke nur gerade damit ich das richtig nehme ähm Pins habe ich gefunden da hat einer eine Tüte voll Pins gehabt und eine Menge Disney Pins ähm ich erzähle das erstmal und dann blende ich ein Gesamtbild ein und zwar habe ich einmal 101 Dalmatiner gefunden dann von König der Löwen ähm Pumba so einen kleinen das ist viel zu klein deswegen halte ich es auch gar nicht in die Kamera dann ähm ähm ich weiß nicht wie der heißt ein Vogel von König der Löwen so ein kleiner ein gut das könnte Pocahontas sein das ist so ein Waschbär von dem da habe ich jetzt komplett vergessen von welcher Disney das ist das ist so ein ähm ja so eine Dogge auf dem Kissen im Endeffekt ich habe vergessen was ist aber auch Disney hier haben wir Simba mit König der Löwen unten stehen und das weiß ich das ist ein Werbepin von Mulan den gab es damals zum Kinofilm mit Muju drauf auch richtig schön und dafür habe ich komplett 10 Euro bezahlt ist ein fairer Kurs man wollte 2 Euro pro Stück haben und äh ja da habe ich gesagt okay komm für meine Pins Sammlung nehme ich es gerne mit obwohl ich den Mulan Pins glaube ich schon habe aber im Bundle war das dann wieder völlig in Ordnung ja das sind schon mal so Kleinigkeiten dann gab es für hier 1 Euro 2 Kassetten und zwar von Digimon die habe ich auch einfach so mitgenommen zum Tauschen Nummer 12 Folge 5 und 8 12 habe ich auch noch gesehen da auf dem Markt aber die war so kaputt dass ich die liegen gelassen habe die gab es für hier 1 Euro ähm dann gab es 2 Disney Bücher die mein Bruder gefunden hat für ich glaube 3 Euro 2,50 Euro und 2 Euro einmal Young Comics Young Donald Duck so um die Young Donald und The Ultimate Fantomias Nummer 36 auch ein sehr schöner Zustand und ja das haben wir gefunden das ist fast das einzige an Bücher kann man so sagen ja ich bin dick also so büchermäßig haben wir heute nicht ich habe heute 3 Fragezeichen Bücher auch gern was mitnehmen da war aber nichts was so wirklich fündig wurden naja so dann haben wir noch 2 Toys gefunden und zwar mitten in so einer mit einem Haufen älterer Toys ist nicht jetzt im besten Zustand aber gab es für 50 Cent zusammen und zwar einen Turtle der fehlt natürlich ohne Zubehör alles und findet man selten einen G1 Transformer wieder in letzter Zeit habe ich auf jedem Flohmarkt wieder einen mitgenommen und man wollte ursprünglich 20 Cent für den haben und ich habe dann einfach gesagt komm wie wäre es 50 Cent für beide und da sagte die Person ja nehme ich mit ja also diesmal war wirklich ja man hat schöne Sachen gefunden ich hätte halt mich immer wieder zurück zu sagen dass man nicht schöne Sachen gefunden hat oder man versucht noch das gewisse etwas zu finden aber nein wir haben richtig schöne Sachen gefunden Games wie gesagt kommen auch paar aber diesmal nicht so viele wie Filme Filme haben wir eine ganze Menge mitgenommen ähm eigentlich auch gar nicht so viel und zwar ähm ähm das ist das was wir am meisten mitgenommen haben waren zwölf Filme die zeige ich euch auch gleich bei äh einer die einfach alles ausverkauft haben da waren auch Zeichentrickserien dabei die habe ich auch mitgenommen also es war wirklich günstig wir haben fast immer nur 1-2 Euro bezahlt ein paar Blu-Rays haben wir ein bisschen mehr bezahlt das zeige ich euch dann aber auch gleich aber hier gab es für 3 Euro 2 Staffeln die uns noch fehlten von Big Bang Theory auf DVD die 9. Staffel und die 10. Staffel ja ähm in dem Bundle was ich mit dem anderen mitgenommen habe das war jetzt noch einzeln aber jetzt das wo ich die sagte für 12 Filme 10 Euro ähm die wollte je 1 Euro haben da war die 8. Staffel dabei wir waren uns nicht so sicher ähm irgendwie hatten wir unsere Liste gerade nicht aufgeschlagen und gerade in dem Moment kein Netz um die zu empfangen weil wir haben sie über Google Tabellen naja egal für den Preis kann man mitnehmen ist dann auch zum tauschen so aber da waren echt schöne Sachen dabei ähm die wir mitgenommen haben für 1 Euro auch wenn ich drei Kopien mitgenommen habe was ich auf den ersten Blick nicht gemerkt habe aber hier gibt es einmal Masters of the Universe diese Volume 4 ähm ja was heißt im gebrauchten Zustand hier oben leider der Kleber hat sich gelöst dass diese Box so ein bisschen raus ist aber ich meine für einen Euro lasse ich sowas nicht liegen auch wenn ich jetzt Masters komplett als Gesamtband so ein Schuber habe das wird mich verlassen aber das lasse ich trotzdem wie gesagt nicht liegen ähm dann habe ich drei Sachen gefunden wo ich gedacht habe das ist original das ist nicht original das auf den ersten Blick habe ich das echt nicht gemerkt und zwar von der Gummibärenbande habe ich hier so drei Volumes wo richtig drauf steht 40 bis 2 äh äh bis 52 Folge 27 bis 39 noch richtig schön aufgemacht so hinten mit Motiven und ähm dann auch hier 14 bis ähm 26 im Endeffekt glaube ich fehlt das ein Volume da äh zwei fehlen das müsste noch eine noch eine weitere geben und das Witzige ist auch das ist so gemacht worden dass sie sogar da ein Bild ergeben aber das sind selbstgemacht selbstgemachte CDs auch hier richtig bedruckt das ähm die CD kann ich euch so mal zeigen aber auch eben gebannt ich habe das gedacht auf den ersten Blick das ist echt ist es nicht aber gut ich habe jetzt ein Euro hier bezahlt wird mich für wahrscheinlich für den gleichen Kurs dann wieder verlassen im Endeffekt weil das kann ich natürlich nicht in dem Sinne für mehr weitergeben aber schon lustig sowas zu finden und ja ist dann halt so kann man auch nichts ändern dann gab es aber wie gesagt noch drei weitere Sachen und die sind echt und zwar DuckTales Geschichten aus Entenhausen Volume 1 da sind sechs Folgen drauf und DuckTales Volume 3 sind auch glaube ich die aus dem Schuber Teil 2 war nicht dabei aber wie gesagt ein Euro oder Stück und genauso Tarn und der Zauberkäste zum 25 Jubiläum ich habe sogar glaube ich noch die Vorversion Auflage hier ist nur Staub drin ansonsten wie gerade sehe ich habe die Diss selbst zwar kontrolliert aber noch nicht gereinigt ja und das ist auch die Diss von der Zauberkäste Tarn und der Zauberkäste übrigens ist noch nicht auf Blu-ray aufgelegt somit ist das eine besondere DVD so an dem Stand gab es dann auch noch für einen Euro Tag dabei Batman Views Teenage Mutant Ninja Turtles ja sag ich auch nicht nein und wichtig Kassetten und dann gab es da noch drei weitere Filme und zwar einmal Roland Emmerichs Moon 44 und war auch noch nicht gehabt ja DVD normalerweise kaufe ich lieber Blu-ray aber wenn es sich gibt dann nehme ich auch bei DVD mit genauso wie diese zwei DVDs von drei Fragezeichen die es auch noch nicht auf Blu-ray gibt aber kann ich nicht für einen Euro liegen lassen der Super Papagei Live habe ich beim letzten Mal auch schon mal mitgenommen nehme ich schon wieder mit ja ich kann es nicht liegen lassen drei Fragezeichen Master of Chess das sieht man wirklich nicht alle Tage auch wenn hier wirklich nur die Discs ich habe noch die Special Edition bei mir im Regal die Special Edition war in einem Schuber mit einem Tour Tagebuch so eine Art Booklet oder Büchlein sogar also ja da kann man auch nicht viel dagegen sagen ja dann habe ich noch an einem anderen Stand ich überlege gerade mein Bruder der hat noch was mitgenommen ich weiß gar nicht was das ist ein Spiel glaube ich oder eine Blu-ray aber das weiß ich jetzt nicht mehr auf jeden Fall gab es für ich glaube für 1,50 Euro das Stück vier Glücksbärchen DVDs ich habe mich hier unterhalten und dann meine mein Bruder nimm doch mit so oft sehen wir sie nicht also hier Glücksbärchen 1 sind immer drei Folgen drauf Glücksbärchen 2 oder drei Folgen immer wieder Glücksbärchen Teil 3 und Glücksbärchen Teil 4 von Fox Kids weil wie gesagt zwölf Folgen der Serie es gibt wahrscheinlich noch mehr aber gut habe ich jetzt mitgenommen kann man jetzt auch nicht großartig negativ was sagen so dann haben wir noch mitgenommen ich bin ja großer Sherlock Holmes Fan und dann habe ich auf DVD da gefunden von Sherlock Holmes die ja zwei Filme mit Rupert Everett zwei Discs von KSM Media der Hund von Baskervilles oder der Hund der Baskervilles und der Seidenstrumpfmörder sind recht gute BBC Krimis und ist auch alles top dabei und äh die gab es glaube ich sogar noch mit ein paar Spielen da haben wir zusammen mit den Spielen drei Euro bezahlt also das war echt günstig und ja lohnt sich da auch mal zu gucken und als letztes von den DVDs das ist eine Serie ähm es gibt glaube ich auch nur eine Staffel deswegen eine komplette Serie äh Conor der Kälte Kälte mit die hieß Leisure hat man so auch noch nicht gesehen ist jetzt nicht im perfekten Zustand der Schuber aber im Endeffekt die Serie haben wir so noch nicht gehabt ähm ja und hieß Leisure ist ja mittlerweile verstorben in jungen Jahren und ja wie gesagt die Serie findet man nicht so oft und jetzt haben wir sie ja und dann komme ich gleich geht es weiter zu Blu-rays komm ich will gar nicht so großartig drum herum reden ähm dann lagen da zwei Filme und zwar einmal ähm unter dem Tisch so hat mein Bruder gesehen Lego Scooby-Doo Strandparty ist noch verzielt also noch eingepackt und darunter lag TKKG der erste Film soll recht gut sein wie gesagt und ähm ich fragte einfach nur ich hatte sie in die Hand genommen ähm hatte eigentlich nur vor Scooby-Doo zu kaufen ähm was möchtet ihr haben G1 Euro ja hab ich 2 Euro bezahlt da sag ich dann nicht nein TKKG entweder schaue ich mir ihn an ist ja auch eine deutsche Jugendserie auch wenn ich die mit Fabian Harloff am liebsten gesehen habe dadurch dass es hier in meiner Stadt gedreht wurde zum Grund mit vielen Szenen und ähm ich dabei war als der Pilotfilm gedreht wurde in der Nähe das leere Grab im Moor dann verbinde ich natürlich da persönlich auch was damit naja aber in dem Endeffekt für einen Euro lasse ich die dann auch nicht liegen ja dann waren wir ich guck gerade wir haben dann in einer Kiste für 2 Euro hat mein Bruder gefunden ähm Better Tomorrow 2K12 3D das ist ein Remake des John Woo Klassikers äh von in Korea nachgedreht wussten wir nicht aber für 2 Euro schauen wir uns den gerne nochmal an ähm ähm gab's glaube ich auch für 2 Euro oder 1,50 Euro haben wir so nie gesehen aber mussten wir mitnehmen das Kabinett des Doktor Parnassius der letzte Film in Ties Leisure der dann mit anderen Schauspielern wie Colin Farrell und Johnny Depp zu Ende gedreht wurde ja ähm 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 musste ich einfach mir angucken oder auch mit Jude Law der ja auch seine Rolle übernommen hat ja im endeffekt dachte ich mir den sieht habe ich noch nie gesehen wollte ich auch mal gucken also nimm ihn mit so dann gucke ich gerade wir haben ich weiß gar nicht wo die filme waren dann hat mein bruder noch mal gefunden ich glaube auch für zwei euro banal der barbar und trashige animations komödie mehr für erwachsen als für kinder und das ganze set von 7 dv blu-rays haben wir mitgenommen bei einem stand ich glaube für 25 euro im endeffekt haben wir bezahlt und da ist dabei in einem steelbook das leider ein bisschen verbogen ist aber ja ist ein trash klassiker aus den sechzigern könnte hinkommen und zwar als die frauen noch schwänze hatten mit centerberger ja so war ein titel italienische neandertaler erotik komödie ja sowas gab es mal dann auch zur vervollständigung weil man hat den auf dvd in der sammlung mal gehabt kommt tom cruise und jamie fox collateral michael mann ein jackie chan film und leon wang den wir nicht drauf haben so fantasy history film little big soldier kannten wir gar nicht unter jackie chan wollten wir den mal mitnehmen dann zwei großartige action filme aus thailand muss das sein on back 1 das ist auch für uns upgrade wir haben ihn bis bereits nur auf dvd gehabt bis vorher on back 2 um an cut wo man hier gerade da hatte haben wir gleich mitgenommen dann ein film den mein bruder irgendwie nicht wusste ob er ihn hat von den produzenten der von the expandables 2 ninja fahrt der rache mit scott atkins der ja jetzt auch in john wick 4 den killer den den gegner in der disco gespielt hat ja nicht schlecht keine ahnung mein bruder hatte schon mal eine box mit mehreren film wo der vielleicht dabei war wir waren uns nicht sicher auf jeden fall mitgenommen dann ein film vom taxi regisseur gerard perez ein film aller top gun so ein bisschen comic anlehnung an mick tangy das ist so ein comic von zack und so weiter sky fighters wir haben bisher nur auf dvd gehabt hatten eigentlich auch schon fast rausgelegt aber für den guten kurs konnten wir dann auch nicht widerstehen ja wahnsinn das sind die ganzen filme die wir mitgenommen haben ich hoffe ihr habt etwas gefunden wo ihr sagt das ist ein cooler film habe ich auch noch bock den wieder zu gucken ja und jetzt geht es schon los mit dem rest und das sind halt durchweg ein bisschen computerspiele das an den anfang macht das ende eigentlich war man an einem stand noch der hat spät aufgebaut der hatte viele gameboy spiele da hat mein bruder ein gameboy spiel gekauft für sieben euro und zwar robo cop kurz auch getestet am stand für die sammlung das fehlt uns noch ja und klassisch gameboy nehmen wir sehr selten mit also in dem sinne haben wir gedacht ja warum nicht auch mitgenommen und der 20 euro hat mein bruder bezahlt weil er wollte es gerne seiner sammlung haben und er hat es bisher nicht gehabt etwas was eigentlich nur für die sammlung ist kein spiel und zwar der gameboy printer ja sowas gibt es auch einen gameboy printer hat sogar noch papier drin und die werden ja teuer gehandelt also hat jetzt 20 euro bezahlt das klingt viel aber der wird für weitaus mehr verkauft ja so dann haben wir an einem stand wo ich ja sagte da habe ich die dem schellokums gekauft da haben ein paar filme oder ein paar spiele entdeckt für pc ich habe einfach raus gekramt und ich habe für den ganzen lot drei euro bezahlt das eigentlich nur wegen dem steelbook leider ist es auch schon angerostet auch wenn es vielleicht nicht wasser unbedingt gesehen hat das problem ist die sind sehr anfällig auch wenn hier ein dickes handbuch und so weiter ist und zwar von draken sank das ist so ein schwarzer augespiel schön so ein steelbook ja das müssen wir natürlich noch mal einen besseren zustand finden aber wie gesagt wir hatten das nur eine hand und dann sagte die kommt nimmt die ganze lot für drei euro mit und dann haben wir nicht nein gesagt weiter geht's mit star wars nights of the old republic 2 für die pc also das sind pc spiele jetzt momentan dann die doppel box oder in so einer doppel box max pain 2 klassiker kann man auch nicht liegen lassen eigentlich kann man den in meiner anderen fassung gesehen aber in der auch nicht es muss aus irgendeiner big box stammen das lassen wir nicht liegen dann habe ich wie gesagt ich hatte die alle in der hand und sie sagte drei euro da habe ich dann auch nichts mehr zurückgelegt das hätte ich vielleicht noch zurückgelegt ist so ein action-panzer shooter science fiction shooter battlezone 2 combat commander kenne ich überhaupt nicht aber wie gesagt für den preis haben wir es nicht mit liegen lassen wollen und dann auch hier zwei lucas arts dis die aus einer big box stammen deswegen leider nur die dis aber tie fighter von star wars tcd rom version und hier hinten könnt ihr sehen dadurch dass man sieht dass sie aus der big box stammt und auch ähnlich hier lucas arts präsent star wars collection mit x-wing und dem star wars screensaver also wie gesagt solche spiele die lassen wir nie liegen deswegen ja musste das sagen so und dann waren wir beim stand da hat eine menge ja ja der hat seine sammlung ausgedüngt und auch so ein bisschen an und verkauf betrieben naja und ja da habe ich dann so ein bisschen gewühlt und da haben wir drei sachen gefunden mein bruder hat ein gamerspiel gefunden was er noch nicht kannte glaube ich ein fünfer bezahlt oder so tabagotchi sagt er nichts ist das spiel tabagotchi ist ja bekannt und für den gameboy kannten wir es noch nicht naja und ja für fünf euro da sage ich jetzt nicht nein genau und ich habe da noch gewühlt und habe dann zeitschriften gefunden und zwar video games aus den 90ern hier ein special die besten video games von 1994 sind so schön in so einer schutzhülle gemacht dann die video games ich habe dir einfach eine mitgenommen es war eine ganze menge davon 96 mit doom 64 und tomb raider auch richtig gut richtig schön alte werbung drauf macht richtig spaß die werde ich auch noch mal ein separaten video durchblättern und hier eine sache das habe ich mitgenommen weil es ist nostalgisch ist ich glaube leider fehlt der aufkleber bis gesehen habe und zwar die erste video games ausgabe überhaupt von um 95 da muss ich echt gucken wann wann die war da fahren die noch eine sonderheft der powerplay hinten noch konami werbung ja richtig cool und die gab es für 10er zusammen eine sache habe ich dann noch entdeckt ein saturn spiel ein japanisches gallivar boy ist von hudson soft scheint ein art action rollenspiel zu sein du bist im manga der sieht aber auch böschen aus wie yo yo ich kenne das spiel gar nicht es ist vollständig vorne leider ein bisschen sonnen ausgeblichen aber wie gesagt für sieben euro da sagen wenn ich nein ist eine karte sogar drin und ja ich versuche mal wenn ich gameplay findet wenn ich ein und hier ist ein handbuch richtig schön und ja das sagen wir nicht nein also in dem sinne so was nehmen wir gerne mit das macht sich gut in der sammlung ja und wir sind gleich am ende ihr seid gleich erlöst von den games dann haben wir noch ein paar spiele gefunden und zwar habe ich für zwei euro mitgenommen das ist jetzt so eine special edition eigentlich nur wegen den extras das spiel ist schon gespielt dadurch ist es eingelöst für pc und zwar die doom special edition ich wollte aber die patches mal für mich haben für meine sammlung jetzt sind solche auf näher dabei und ein booklet und für zwei euro nehme ich das gerne mal mit also deswegen ja gerne gemacht so dann haben wir einen stand da hätten wir gern mehr mitgenommen die preise waren aber echt gesalzen da sollten xbox spiele so um die zehn euro kosten playstation spiele waren bei 15 euro fast da war noch pc spiele wird jedes zehn euro haben da waren so ein paar schöne kleine dabei die verfolgt zur vervollständigung gerne gewesen sind aber in zehn jahr bezahle ich dann auch nichts ist viel zu viel weil man nämlich noch drauf sein muss für sachen aber hier hat mein bruder für acht euro jetzt hat er runter gehandelt ein xbox classic spiel gefunden was noch fehlte einfach für die sammlung james cameron dark angel und dafür für den preis musste das natürlich auch vollständig sein und das ist vollständig in einem guten zustand ja und dann mein bruder war ganz kurz weg weil er hatte was im auto vergessen dann war ich kurz allein da und während er dann zurückgekehrt ist hat er an einem stand zwei spiele entdeckt wo vorher wofür er je ein euro bezahlt hat und bei dem einen hatten wir nur eine presse fassung und ihr wisst ja ich habe ja auch und diese promo fassung hatte ich bereits nur und ja dann sagte er sich das kann ich doch gut dann ergänzen und zwar hantet die schmiede der finden ist ein fantasy action spiel spielt man mit zwei charakteren gleichzeitig durchgehen und xbox 360 kinect fable the journey wie gesagt für je einen euro kann man echt nicht sagen kann sein dass hier ein handbuch fehlt das werden muss man nachforschen aber für je einen euro kann man auch nicht so viel verkehrt machen ja und jetzt habe ich nur noch zwei sachen und das war es das auch schon dann seht ihr den überblick von dem noch was ich hier habe und freut euch und zwar haben wir bei einem stand dann noch ein paar playstation 4 spiele gesehen das meiste hatten wir bei einem war mein bruder überlegen und zwar bei diesem hier der red dead redemption 2 red dead redemption 2 ist ein cooles spiel richtig gut gibt es auch playstation 5 glaube ich mittlerweile aber ich meine die special die hatte mein bruder nicht da waren überlegen man wollte 15 euro dafür haben und hin und her ja hier ist noch so ein artbook dabei und eben halt richtig ein pappschuber für den sammler ist das natürlich ideal man wollte später war man bereit schon zehn euro zu geben und dann habe ich noch eine zweite sache entdeckt und zusammen haben wir dann mit dem zweiten 14 euro bezahlt und zwar habe ich noch gefunden die vorbesteller box von avengers von dem spiel das spiel ist nicht unbedingt das geld meyer es ist okay aber es war es auch aber das t book das ist wirklich cool ist für die sammlung auch ideal jetzt noch so ein extra kurz und zwar ihr könnt es sehen sieht das nicht geil aus richtig schön richtig schön kann man echt echt nichts dagegen sagen ja und das ist für meine sammlung dann so ein schönes promo teil denn normalerweise kauft man es und dann hat man gut die für das spiel das spiel hat er auch da liegen aber das habe ich bereits in der sammlung oder mein bruder ist für die playstation 5 und deswegen ja habe ich jetzt nur das t-book mitgenommen so das war es auch von dem schönen flohmarkt das wetter ist immer noch schön ich mache jetzt noch den überblick und dann werde ich mir gemütlich machen genau ich wünsche euch was ich hoffe da war wie gesagt dabei in den kommentaren mir ganz sagen was ist euer highlight was hat euch gefallen möchtet ihr noch etwas genauer sehen und so weiter und sofort leiten teilen abonnieren wie ich immer so schön sage und wir sehen uns nicht beim nächsten mal wieder macht's gut und dann geht's und dann geht's und dann geht's und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020